Ich möchte Ihnen eine Einführung zum Apple Remote Desktop geben. Unter anderem möchte ich Sie hier darüber informieren, was diese Software denn kann, damit Sie Informationen bekommen, ob diese Software überhaupt für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Fangen wir einmal damit an, was ist der Apple Remote Desktop überhaupt? Naja, der Name Remote Desktop legt es natürlich schon nahe. Man ist hiermit in der Lage, einen fremden Rechner zu betreuen. Vielleicht kennen Sie die Software TeamViewer. Man kann auf den fremden Rechner draufgucken, man kann die Maus fernsteuern. All das bietet der Apple Remote Desktop, aber natürlich noch viel, viel mehr. Unter anderem sind Sie eben in der Lage, beispielsweise auch Software auf dem fremden System zu installieren. Um die Begrifflichkeit direkt einmal klarzumachen, Im englischsprachigen Bereich spricht man auch häufig in der Kurzform von ARD. Der Begriff ARD ist in Deutschland natürlich mit dem Fernsehsender belegt, aber wenn Sie im Internet beispielsweise einmal nach Apple Remote Desktop suchen, dann werden Sie sehr, sehr schnell auf diese Begrifflichkeit ARD stoßen, weil das auf den Webseiten eigentlich immer als Kurzform für den Apple Remote Desktop verwendet wird. Aber zurück zur Frage, was ist der Apple Remote Desktop überhaupt? Und das kann man so ein bisschen funktional erklären. Man kann mit dem System nämlich beobachten, steuern und verwalten. Aber was kann man jetzt beobachten, steuern und verwalten? Naja, was einem sofort klar ist, man kann damit die Software steuern, beobachten und verwalten. Aber eben nicht nur, sondern das Ganze geht eben auch zur Hardware. Sie können bei einem fremden Rechner sagen, dieser Rechner soll heruntergefahren werden. Sie können einen fremden Rechner inventarisieren, damit Sie genau wissen, wie viele Macs einer bestimmten Generation Sie haben oder wie groß die Festplatte in dem verbauten Mac ist oder wie viel Arbeitsspeicher dort drin ist. Und das Wunderbare an dem Begriff Remote ist natürlich, dass wir da nicht hinlaufen müssen, sondern dass wir das Ganze nun über das Netzwerk machen können. Zum Begriff Netzwerk. Die Computer müssen dabei nicht zwingenderweise mithilfe eines Kabels in einem Netzwerk hängen, sondern es ist auch problemlos möglich, dass die Rechner mithilfe von WLAN, mithilfe des lokalen Funknetzes, untereinander kommunizieren. Es gibt ein paar Voraussetzungen für den Apple Remote Desktop. Die sind nicht so wahnsinnig hoch. Sie müssen natürlich die Software Apple Remote Desktop kaufen. Das machen Sie im App Store. Und diese Software wird dann auf dem Verwaltungsrechner installiert. Dieser Rechner ist zwingend notwendig, damit das Ganze funktioniert. Auf den Arbeitsplätzen muss keine Software installiert werden, aber sie muss dort aktiviert werden. Der Apple Remote Desktop ist auf der Arbeitsplatzseite nämlich bereits Bestandteil des Betriebssystems. Da muss also nichts installiert werden. Nichtsdestotrotz kann es unter Umständen sinnvoll sein, auf den Arbeitsplätzen die bereits vorhandene Apple Remote Desktop Software, die da drauf ist und Bestandteil des Betriebssystems ist, zu aktualisieren. Wenn Sie bei den Betriebssystem-Updates nämlich sehr, sehr konservativ sind und die wirklich nur dann installieren, wenn Sie glauben, na jetzt ist es wirklich notwendig, dann haben Sie möglicherweise eine veraltete Version des Apple Remote Desktops auf Ihren Arbeitsplätzen und da kann es durchaus sinnvoll sein, diese Teilkomponente des Betriebssystems zu aktualisieren und das ist mit dem Apple Remote Desktop ebenfalls möglich. Was nicht notwendig ist, ist, dass Sie einen eigenen Server haben. Also Sie brauchen keinen eigenen Microsoft, keinen eigenen Linux oder auch keinen eigenen Apple Server, um hier diesen Apple Remote Desktop zu betreiben. Sie brauchen in erster Linie nur den Verwaltungsrechner. Nichtsdestotrotz, wenn man ein Netzwerk hat, hat man natürlich auch immer irgendwo einen Dateiserver und das ist für die Verwendung des Apple Remote Desktops natürlich durchaus sinnvoll, aber es ist eben nicht notwendige Voraussetzung, um den Apple Remote Desktop zu betreiben. Kommen wir zu ein paar technischen Dinge, die notwendig sind. Es müssen nämlich ein paar Ports geöffnet sein. Wenn Sie vielleicht zwei Netzwerke über das Internet miteinander verbinden, dann haben Sie da vielleicht zwischen diesen beiden Netzwerken eine Firewall und in dieser Firewall müssen eben Ports geöffnet sein, damit der Apple Remote Desktop arbeiten kann. Sollten die No-nachfolgenden Begriffe Ihnen nicht so wahnsinnig viel sagen, dann nehmen Sie einfach diese Liste, gehen zu Ihrem Netzwerkadministrator und jeder Netzwerkadministrator wird damit etwas anfangen können. Unter anderem muss eben der TCP- und UDP-Port 3283 geöffnet sein, um Berichte erstellen zu können. Des Weiteren muss der TCP-Port 5900 für Screen-Sharing-Funktionalitäten geöffnet sein. Des Weiteren muss der TCP-Port 5.988 für allgemeine Management-Aufgaben geöffnet sein. Und last but not least muss auch noch der TCP-Port 5.432 für Datenbankzugriffe geöffnet sein. Grundsätzlich wird ein Netzwerkadministrator immer bemüht sein, so wenig wie mögliche Ports zu öffnen. Dann wird man sich vielleicht die Frage stellen, naja, muss dieser eine Port vielleicht wirklich geöffnet sein? Naja, man kann vielleicht den ein oder anderen Port auch nicht öffnen, dann wird man aber auf jeden Fall funktionale Einschränkungen haben. Was kann man immer jetzt alles mit dem Apple Remote Desktop machen? Machen wir das mal in ein paar praktischen Beispielen. Man kann unter anderem damit beobachten und steuern. Okay, beim Thema Beobachten kann man mit dem Apple Remote Desktop eine sehr, sehr schöne Sache. Man kann nämlich nicht nur einen Rechner beobachten, sondern man ist in der Lage, fünf, zehn, zwölf Rechner gleichzeitig zu beobachten. Wenn Sie beispielsweise Lehrer in einem Klassenraum sind, dann können Sie alle zwölf Arbeitsplätze in Ihrem Klassenraum auf Ihrem Bildschirm mehr oder weniger mit einem Blick beobachten und können dann sehen, was Ihre Schüler auf diesen Arbeitsplätzen machen. Sie sind in der Lage, nach Dateien zu suchen, also auf den Arbeitsplätzen nach Dateien zu suchen. Sie sind auch in der Lage, Dateien auf die fremden Rechner zu kopieren und von den fremden Rechnern auch wieder zurück zu kopieren und das Ganze eben ohne Netzwerkserver. Sie sind in der Lage, Software zu installieren, sowohl klassische Pakete zu installieren, als auch Programme einfach in den Programmeordner unter Mac OS X hinein zu kopieren. Sie können Terminal-Befehle ausführen. Das ist eine wahnsinnig spannende und vor allem extrem leistungsfähige Angelegenheit. Damit steht Ihnen die große Welt der Unix-Skripte offen. Keine Angst, das ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Viele Dinge werden vom Apple Remote Desktop auch schon mitgeliefert, aber das ist wirklich der Kracher. Damit ist Apple Remote Desktop wahnsinnig leistungsfähig. Des Weiteren können Sie mit den Benutzern interagieren. Sie können sich kleine Textnachrichten zuschicken. Sie sind in der Lage, einen Chat zu starten und natürlich in Kombination mit Beobachten und Steuern können Sie dann auch auf den fremden Rechner draufgucken und können dann gemeinsam an einer Problemlösung arbeiten. Aber last but not least soll auch noch beschrieben werden, was der Apple Remote Desktop nicht ist. Der Apple Remote Desktop, wie jetzt bereits schon erwähnt, ist kein Netzwerkserver und er ersetzt auch keinen Netzwerkserver. Wenn Sie also einen Dateiserver in Ihrem Netzwerk benötigen, dann stellt Ihnen der Apple Remote Desktop das nicht zur Verfügung. Dafür brauchen Sie eine andere Form des Netzwerkservers. Des Weiteren ist es kein Installationsserver für das Betriebssystem. Man kann unter macOS 10 während der Installation sagen, bitte starte eine Installation von einem Netzwerkserver. Dann sollte es sich hierbei um einen Apple-Server handeln. Dann kann man das Ganze entsprechend einstellen. Der Apple Remote Desktop unterstützt das in gewisser Art und Weise, aber der Apple Remote Desktop stellt diese Installationsserver-Funktionalität nicht selber zur Verfügung. Und last but not least, man ahnt es fast schon, der Vollständigkeit halber soll es hier aber trotzdem erwähnt werden, es ist nicht zum Verwalten von Windows-Systemen geeignet. Sollten Sie eine gemischte Umgebung haben mit Windows-Arbeitsplätzen und Apple-Arbeitsplätzen, dann können Sie mit der Software Apple Remote Desktop ausschließlich die Apple-Rechner verwalten, administrieren, jedoch nicht die Windows-Systeme. Ich hoffe, Sie haben in diesem Video einen guten Überblick darüber bekommen, was die Software kann, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ob es vielleicht das richtige Produkt für Sie ist. Und wenn Sie sich dazu entschieden haben, dass das für Sie das richtige Produkt ist, dann bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass die Software Apple Remote Desktop Ihnen in Zukunft sehr, sehr viel Arbeit in Ihrem Netzwerk abnehmen wird und Sie so ein bisschen den Turnschuh-Netzwerk-Administrator sein lassen können und ab sofort viel häufiger an Ihrem Arbeitsplatz sitzen können und aus der Ferne Probleme lösen, wo Sie früher erst noch hinlaufen mussten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017